Herzogin Mekhan auf 180, in diesem Moment sie ihren Ärger auf Mama Doria. Als Herzogin Mekhan, 41, als frisch gebackene Royal Königliche Pflichten wahrnahm, war das ein oder andere Mal auch ihre Mutter Doria Ragland, 66, an ihrer Seite zu sehen. Die Amerikanerin hielt sich auch in England auf, als ihre Tochter 2018 gemeinsam mit Überlebenden der Hochhausbrandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower ein gemeinsam herausgebrachtes Kochbuch feierte. Doch die Stimmung der Royal kippte unvermittelt, ausgerechnet wegen ihrer Mutter. Als Doria sich in ein Gespräch mit einer Gruppe von Frauen einklinkte, zeigte ihre Tochter plötzlich Gefühlsregungen, die ihre Mutter vielleicht noch aus ihren Teenager-Zeiten bekannt vorkamen. Warum Mekhan plötzlich vor Wut zu Rasenschienen und wie Körpersprache Experte Jesus Enrique Rosas das Minen- und Gestenspiel der Royal interpretiert, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, YouTube.com